So, guten Morgen liebe Huberwart-Freunde, Tag 3 auf der World Dog Show in Leipzig. Wir haben aufgebaut, es kann weitergehen. Wir hoffen, ihr kommt uns alle zahlreich besuchen. Wir sind in Halle 1, Stand 5. Jetzt schaue ich mal, wer sich so alles an unserem HZD-Stand funktioniert hat. Wir freuen uns auf euch. Wir haben viele Hunde da vor Ort. Heute ist um 13.05 Uhr die Rassepräsentation auf der Bühne und das ist unser HZD-Stand. Und da haben wir auch einige unserer Oberwarte. Wir freuen uns auf euch. Ihr seid alle recht herzlich willkommen. Bei uns gibt es Kaffee, Getränke und auch Leckereien. Nicht nur für den Hund, auch für die Menschen. Macht euch auf den Weg nach Leipzig. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.